Zur Vorschau auf die zweite Fußball-Bundesliga. Am Wochenende, heute ist 19. September 2019, morgen beginnt der siebte Spieltag. Ich versuche es mit dieser Anordnung und ich wiederhole nicht das Experiment, wobei ich es auch gerne machen würde, wenn ich dafür den entsprechenden Input hätte, dass es also gewünscht ist oder möglicherweise die deutschsprachigen nicht gestört hätte und die englischsprachigen vielleicht ausreichend viel mitgenommen haben, mitbekommen haben. Also, ich habe es ja beidsprachig gemacht, aber es wird ja dann vielleicht auch ein bisschen undurchschaubar. So, oder, ja, konfus, verwirrend. Die Bildschirmanordnung versuche ich jetzt mal so. Und ich versuche, mich kurz zu halten. Jeder, der geklickt, weiß schon, ob es mir gelungen ist oder wahr. So, mhm, weil die Videolänge wahrscheinlich unten steht. Zweite Liga, ja, was wollte ich noch sagen? Es ist eben auch Zweite Liga. Und dann könnte man sagen, ach, naja, für Ausländische wäre es jetzt gar nicht mehr so interessant. Wobei gewinnbringende Wetten würde man natürlich immer gerne einbauen. Aber da kann man ja auch nur so das Video schauen und auf die Tipps, die nachher abfallen, die nämlich hier unten stehen, fokussieren und nur die rauspicken. So, kurz gefasst ist es ja schon nicht mehr. Wir haben also in dieser Liga auch einen relativ hohen Toreschnitt mit 3,07, mit erwartet 2,97. Ich glaube, ich habe hier sogar den von der letzten Saison. Da war er 2,76. Also ist auch da ordentlich ein Tor gefallen. Aber hier ist es anders als in der ersten Liga, dass sogar noch mehr Chancen. Also man könnte eben insofern sagen, das sind halt immer gewisse statistische Schwankungen, inwieweit das hier, die Zahlen sind halt nahe beieinander. Aber eine gewisse Abweichung wird man immer tolerieren müssen. Man kann natürlich meine Algorithmen immer anzweifeln. Aber wenn ich überall solche Zahlen produziere, die nahe beieinander sind, die natürlich für den Benutzer nicht nachprüfbar sind, beziehungsweise wären sie es dann, wenn man lückenlos den vom ersten Spieltag an das hier natürlich auch immer aufzeichnet. Aber ich versuche dann natürlich schon sehr authentisch. Ich hätte ja auch nichts davon hier jetzt eine falsche dabei zu bringen, um dann die wieder nachher zu verändern, so wie sie wirklich ist und so weiter. Also hier ist es so, dass auch die Heimmannschaften ihre Chancen nicht so gut verwertet haben. Denn sie haben 1,64 Tore, hätten sie schießen sollen pro Spiel, habe ich erwartet. Also dann hätten sie nicht schießen sollen, dann habe ich erwartet. 1,76 hätten sie schießen sollen, sie haben aber nur 1,61. Man kann sagen, es ist immer noch nahe dran, aber es ist sozusagen ein gewisser Trend, der sich da immer mehr manifestiert und abzeichnet. Natürlich, wenn es immer so wäre, jedes Jahr, dass diese Zahlen hier so weit auseinander liegen würden, dann hätte man die Algorithmen anzuzweifeln. Und nur die Anpassung der Zahlen müsste natürlich dafür sorgen, dass das abgebildet wird. Das heißt also, wenn es weiter so bliebe, dann wäre irgendwann diese Abweichungen nicht mehr da. Im Moment ist es halt einfach ein beobachteter Trend, der eben seine Ursachen hat. Und die ich auch schon jetzt gestern erläutert hatte im Video, aber kann man ja dann nochmal das prüfen. Aber ganz kurz gesagt, verteidigen ist leichter als angreifen. Und das zeigt sich halt seit der Weltmeisterschaft, viele nutzen das. Und insofern hat sich das also hier jetzt deutlich in den letzten Jahren gerade gedreht, dass also einfach die Heimmannschaften das Leben schwerer wurde für sie. Und wenn so etwas natürlich auffällt, was den Trainern dann auch auffällt, ich meine, es ist ja klar, wenn man jetzt sagt, Mensch, zu Hause haben wir gar nicht mehr die Punkte geholt und so, okay, wir warten auf die Auswärtsspiele, wie auch immer, dann würde man natürlich sagen, Mensch, aber zu Hause müssten wir doch auch unsere Punkte holen, Publikum zufriedenstellen und so weiter. Da würde man natürlich sozusagen dann versuchen, an der Taktik zu arbeiten. Sprich also bei einer Ecke die Innenverteidiger hinten lassen, nur um ein Beispiel zu bringen. Und dann möglicherweise die Ergebnisse so doch wieder auf Kurs bringen. Also sprich also, sagen wir mal, diese Statistiken sind ja niemandem bekannt. Es sei denn, dass die Welt aufhorcht und sagt, oh, guck mal, der Paulsen. Und da ist natürlich jeder auch aufgefordert, zu sagen, ja, so etwas Gutes habe ich eigentlich noch nie gesehen. Und dass es halt auch Verbreitung findet. Aber weil es eben, naja, also das alles, was ich bisher gesehen habe, dem bin ich dann halt hier überlegen. Also wir haben ja hier auch das Phänomen, dass die Auswärtsmannschaften zu viel, halt zwar mehr Chancen hatten, aber diese auch wieder noch besser verwertet haben. Und von daher, also dass es gut ist, was ich hier anzubieten habe. Und dass man halt, sagen wir mal, ja, auf der Welt auch damit was anfangen könnte. In jeder Hinsicht. Also auf die Berichterstattung, da kann ich ja jetzt nicht sehr konkret eingehen, hier in diesem kurzen Video. Aber da könnte man natürlich auch was mit anfangen, dass man eben mal vernünftige Chancenberechnungen und sowas oder angibt halt auch Vorschauen macht oder sowas, eben was man wirklich erwarten kann. Aber halt natürlich, ja, wissenschaftlich, mathematisch, wie auch immer. Aber wenn eben jetzt X-Goals kommt und sagt halt, wir kennen erwartete Tore, wissen, was es ist und so, dann liegen sie ja falsch, weil sie ja, also dann fehlt halt noch ein Element, wie ich das gesagt habe, dass eben ich auch die erwarteten Tore, sie nennen es erwartete Tore. Das sind, was sie ausgerechnet haben im Nachhinein, nach dem Spiel, nachdem sie wussten, welche Schüsse von welchen Positionen aus abgegeben wurden, dass sie dann sagen können, wie viele Tore sie mit diesen Chancen hätten erzielen sollen. Es bleibt nicht bei einer Erwartung, sondern bei einem, was man hätte haben sollen. Und eben nicht, was erwartet ist, weil erwartet kann ich nur vorm Spiel berechnen. Also so tue ich es halt auf jeden Fall. Und diese Komponente ist eben eine ganz andere. Natürlich kann man da immer sagen, das ist ja nicht gut, was du da berechnest. Wieso? Und du hast gesagt, das sind 70 Prozent, die haben auch verloren oder sowas. Und dann sage ich, naja, Moment, erst mal, ich habe halt 70 Prozent, da kann alles passieren, weil 70 Prozent lässt das offen. Aber du musst mir halt entweder ein anderes Modell zeigen, auch für dieses Spiel, was also eine kleinere Chance meinetwegen ausgerechnet hat. Dann wäre es ja besser, weil ich habe 70, der andere hat 65. Sie ist da, haben nicht gewonnen, habe ich doch gesagt. Du hast die Wahrscheinlichkeit übertrieben oder so. Aber dann muss das halt eben nicht nur bei dem Spiel richtig, sondern beim nächsten 100 Spielen auch besser haben als ich. Das habe ich auch schon mal gemacht, so einen Vergleich mit jemandem, der sowas auch prognostiziert hat. Der hat aber das nur aufgrund der Marktwerte und sowas, sagen wir mal, seine Prognosen erstellt, die dann eben, naja, die Massenintelligenz und so weiter. Und dann hat er auch die Closing-Preises, das heißt also zum Kick-Off, zum Anschluss hin, den Kurs genommen, der natürlich dann der Beste ist, den der Markt bis dahin ausarbeiten konnte. Ich mache es am Montag und er macht es am Sonnabend vorm Start, da, wo der Markt seinen Kurs perfekt abgestimmt hat. Dann kam aber immer noch nicht raus, dass ich klar schlechter war. Es kam halt bloß auch raus, dass ich nicht besser war. Aber dann bin ich eben dem Markt in diesem Moment doch nicht überlegen oder wie auch immer. Nur bin ich ja nicht verpflichtet, zum Closing-Price zu wetten. Also dann, wenn das Spiel losgeht, wenn die ganze Welt sich verständigt hat darauf, wie gut die Chancen sind sozusagen. So, aber alles so, keine, ja, dann habe ich, wenn ich sie immer einbaue in diese Videos, dann schalten vielleicht manche ab oder sagen, toll, habe ich noch nie gehört, aber jetzt interessiert mich was anderes oder was fange ich damit an. Ich will meine Wetten haben oder wie auch immer. So, und vor allen Dingen wird dann die Länge halt, steht dann eben wieder am Weg, dass man dann durchhält. So, hier haben wir das Ranking, habe ich ja schon mal vielleicht, glaube ich, im Review sogar erläutert, dass wir halt doch, aber unheimlich nicht zusammen, wir haben in Paderborn, hatten wir mit 0,64 und Bayern mit 2,61, glaube ich. Und dann sieht man halt hier 0,8, 1,47. Man sagt eben auch sowieso nicht ganz umsonst und das zeigt sich halt in diesem Ranking auch. Zweite Liga, da kann jeder jeden schlagen, da ist jedes Spiel offen oder jeder Spieler ist schwer, jedes Spiel umkämpft, gilt natürlich auch in der ersten. Aber trotzdem ist es halt ein Unterschied 0,8, 1,47 oder 0,6, 2,6. Also, das sind halt dann doch größere Dimensionen. Inwieweit sich das auf die Fan, sagen wir mal, auf das Interesse an der Liga oder so etwas auswirkt, was davon besser ist. Ob man sagt, wenn alle gleich gut sind, dann ist es doch viel spannender, aber dann wisst ihr ja nie, wer gewinnt so ungefähr. Oder ob es in der ersten Liga, wo du sagst, na, Bayern brauche ich mir nicht anzugucken, wenn sie gegen Freiburg spielen oder so, die gewinnen ja sowieso. Oder sowas. Also, dann ist es auch... Aber das sind andere Überlegungen. So, Heimaushalts habe ich hier natürlich genauso. Die werden so allmählich relevant und kann man schon dann immer mal mit einbeziehen oder mal raufgucken, weil das eben tatsächlich auch die ungerechten Leistungsdaten sind. Also, sprich, es ist eben nicht nur Ergebnisse. Und meistens, oft stimmt es überein, aber manchmal halt auch nicht. Dann hat man halt Leistungsdaten und dann wird unter Umständen, dass wenn halt hier eine Mannschaft gut ist, zu Hause gegen eine, die schwach ist, nein, die muss jetzt auch, also zwei von hier gegeneinander spielen, die sind gut zu Hause, die sind schwach auswärts. Und wenn die gegeneinander kommen, dann hätte man vielleicht eine Indikation auf eine andere Art. Und im Verlauf der Saison wird es etwas mehr. Die Nachhaltigkeit dieser Sachen, die zeigt sich natürlich nur sehr allmählich. Also, sprich, man hat dann halt eine Wette auf dieser Basis und gewinnt sie trotzdem nicht, als Beispiel. Und dann, naja, so ganz hundertprozentig. Das muss dann eben sich über viele wetten. Und dann muss man halt, für jede gibt es ein anderes Kriterium, muss man natürlich irgendwann mal eine Gesamtabrechnung. Dass ich also hier immer machen und dann eben sehen, ich lag vorne oder nicht. Die Kriterien waren bei jedem Spiel andere, aber es hat sich letztendlich gelohnt. So, die Predicted Match Sets vom neuen System gebe ich hier immer mit an. Das kann man jetzt nicht so viel mit annehmen. Ich habe es ja bloß ein bisschen, also nicht so viel mit anfangen. Ich habe bloß mal hier gezeigt, dass diese Conversion Rates jetzt eben sozusagen immer in einer Größenordnung sind. Aber wenn es hier mal einen großen Unterschied gibt, das kann man ja auch wirklich jetzt sagen, bei wehen. Also da war halt die Verteidigung löchrig. Was sich dann eben nicht nur zeigt im... Es zeigt sich vor allem darin, dass halt aus wenigen Chancen viele Tore fallen. Und das heißt eben, dass sie einfach dann so aufmachen, blind, wie auch immer, nach vorne rennen, könnte man eben sagen, es ist alles übertrieben, es ist alles professionelles Niveau, sie machen es alle gut, aber die machen es dann halt eben ein bisschen weniger gut. Dass sie eben zu früh, dann zu verzweifelt anrennen, wie auch immer. Und dann, dass eben der Gegner aus wenigen Chancen viele Tore macht. Dann ist eben eine schlechte Conversion Rate defensiv bei ihm gegeben. Also sprich, der Gegner hat dann eine bessere Verwertungschance gegen sie. Hier, wo man denn mal so Abweichungen sieht, ansonsten ist es ja alles sehr moderat. Und das andere sind hier die Chancen sozusagen umgerechnet, von denen man halt diesen Prozentsatz verwertet. Das wird einfach nur ausmultipliziert. Also wenn man diese Prozentszahl mit diesem Wert multipliziert, wobei die Errechnung dieses Wertes natürlich auch eine gewisse Komplexität beinhaltet. Aber das ist natürlich jetzt schon über die Jahre ganz gut verifiziert. Wie gesagt, den Wert eines einzelnen Modells kann ich mit meinen Methoden sogar in sich selbst prüfen. Ich bin ja gezwungen, indem ich also ständig Erwartungen und eingetroffen miteinander vergleiche. Dann sage ich, naja, wenn es ein bisschen daneben liegt, sind halt statistische Abweichungen. Aber ich kann eben auch, ich habe verschiedene Briefmethoden, die ich auch gerne gelegentlich immer mal vorstelle, in denen man halt eine ganze Menge erkennen kann, wie gut sozusagen diese Prognosen sind und dass ich da immer irgendwo im vernünftigen Rahmen bleibe, auch von Abweichungen. Wenn ich aber tatsächlich die Qualität dieses Systems, wie gesagt, so würde man immer nur sagen können, naja, kann man tolerieren, sind halt Abweichungen, die treten eben auf, die würden bei jedem auftreten. Und ob nun deine Wahrscheinlichkeiten, Tor, Erwartungen, das und so weiter, was alles aufeinander aufbaut, ob die richtig sind, kann ich letztendlich nicht sagen. Ich sehe nur, dass es halt ganz gut hinkommt, aber eben nicht, ob es eine Anwar eben besser könnte oder so. Und da müsste man dann eben immer ein anderes Modell dagegen halten. Und damit könnte man dann eben die beiden Modelle miteinander vergleichen. Natürlich ist das einfachste Modell, dass man einfach den Markt nimmt und halt einfach sagt, ja, wer hat der Wettmarkt? Und das habe ich ja jetzt eben schon erklärt, wie das mal passiert ist. Und dann kommt eben raus, dass es ziemlich gleich gut oder so war, was wir gemacht haben, die beiden Modelle. Also dass sie eben beide Abweichungen haben. Also da gibt es verschiedene statistische Methoden, um das zu vergleichen. Aber letztendlich halt jetzt kein Modell da irgendwie besser ist. Aber das ist eben, wie gesagt, natürlich, also wenn ich jetzt sage, Wettmarkt, Closing Price, also den wollen wir schlagen. Aber wir wollen nicht den Closing Price schlagen. Das ist halt der kleine Vorteil, den man dann eben hat. Und vor allen Dingen bin ich eben nicht verpflichtet, jedes einzelne Spiel zu spielen, sondern nur dann, wenn etwas heraussticht. Von daher habe ich eben zwei Vorteile auf meiner Seite. Selbst wenn ich jetzt nur gleich gut sein sollte, wie der Wettmarkt, also sozusagen, dass ich den jetzt auch nicht, also diese Massenintelligenz, die ja auch, wo ich jetzt mal hier mit einem Holländer hier zu tun hatte oder so, der hat dann immer gesagt, ja der Mann kennt in jeder Kabine einen, wenn die sich umkleiden. Also der weiß von jedem nicht. Also und so weiter. Und wenn Leute so eine Insider-Informationen, die halt direkt vor Ort da und überall, das war ja nur so ein lustiger Spruch jetzt, wo man sagt, der kennt in jeder Kabine einen, mindestens einen. Also persönlich, dass man eben dann, naja, da wird es schon ziemlich schwer. Und die Leute machen ja mit beim Wettmarkt. Und die sind ja dann auch teilweise bestimmt bei den großen Spielen jetzt. Also nicht bei den großen, aber wie soll ich sagen, wenn es dann große Wetten auch möglich sind, also wo dann hochgespielt wird oder so, und die sich da sehr genau auskennen, dann ist es halt auch ein bisschen marktbestimmt. Also sprich, dann wird der Kurs so korrigiert, dass er eben dann doch mehr die Realität reflektiert. So. Also sprich, dagegen jetzt anzukommen, ist halt vermutlich nicht möglich. Aber man muss sowieso akzeptieren, dass der Markt halt immer enger geworden ist. Aber durch die Möglichkeit halt natürlich auch früher zu spielen und natürlich möglichst den fallenden Kurs zu erwischen und nicht einen steigenden, wenn man einen steigenden Kurs spielt, dann hat man natürlich immer eine Dummheit begangen, weil wenn ich heute 2,02 spiele und morgen 2,13 bekäme, na dann ist das ja immer verschenktes Geld. Wenn ich aber 1,92 spiele und am nächsten Tag ist es 1,85, dann habe ich eben ein Bargain. Also da ist es günstig so und so weiter. Und da versucht man natürlich schon jetzt möglichst die guten Seiten und so weiter. Und man kann es ja hier prüfen auch, indem man jetzt guckt, wie sich Hannover entwickelt, heute oder morgen noch, weil ja heute erst Donnerstag ist und morgen sie spielen. Aber wie ich jetzt auf diese gekommen bin, das kann man natürlich auch ein bisschen weiter unten gucken, hier hat der Computer sogar ein leichtes Plus für Hannover raus. Ich meine, das ist jetzt schwer, sagen wir mal relativ schwer zu rechtfertigen. Das ist das neue System, das ist unbeeinflusst. Also sprich, ich mache keine Anpassung. Ich lasse es einfach durchlaufen. Das alte System hätte, klar, kann ich das auch mal zeigen, aber das lasse ich jetzt mal hier, hätte das hier einen Vorteil für Kiel. Aber jetzt können wir natürlich gucken, warum das so ist. Und, oder beziehungsweise, naja, wir können halt zum ersten Mal auf diese Graphen gucken, von der Leistung. Und da kann ich nur sagen, dass Kiel eben wirklich sehr ordentlich gespielt hat, denn das war besser als erwartet. Und das ist ja sogar eine sehr gute Kurve, wenn es hier über 1,5. Ich habe hier nicht den Schnitt jetzt, der ist jetzt auch nicht so prickelnd, oder so, weil der immer irgendwo bei 1,35 oder sowas liegt. Aber da ist halt eine gewisse Entwicklung auch. Dann hat man es aber immer auf einen Blick. Also muss man nur sagen, die haben eigentlich überdurchschnittlich gespielt. Eben, immer noch. Nur jetzt zwei Punkte gegen sie. Also ich habe ja diese Spiele gesehen und war dann halt beeindruckt. Kann ich ja nicht anders sagen. Nur hat eben genau das nachgelassen. Und es hat eben speziell nachgelassen jetzt, nach dieser Trainerentlassung nochmal, weil das 0,3 jetzt in, ich weiß die immer auswendig, bis ich hier sprechen muss, weil ich es so alles gesehen habe, in Heidenheim. Okay, aber da war ich ja schon gegen sie. Und da passt es halt eben nicht mehr. Und na klar, hier könnte man sowieso jetzt eine gewisse fallende Tendenz oder sowas ausmachen. Und Ergebnisse sind sowieso darunter, aber das ist ja dann eher Pech. Da würde man eher sagen, weil die musste nehmen. Nur erstens an dieser Abwärtsentwicklung, die ja nicht im Einklang steht mit der, sodass sie also sozusagen jetzt keine starken Gegner hatten, wo es schwer war, sondern sie haben einfach nachgelassen. Und jetzt finde ich es halt lächerlich, wenn man eigentlich gut spielt und dann den Trainer erwartet lässt. Also das ist halt für mich sowieso eine Absurdität. Also, und bei Hannover könnte ich eben umgekehrt sagen, also ich bin manchmal zu sehr vom letzten Spiel dann auch beeinflusst oder so, gebe ich ja gerne zu. Aber letztendlich haben sie ihre Erwartungen gespielt. Das ist halt Schnitt, das ist sogar etwas Überschnitt. Und so ist es halt. Und das nehme ich natürlich jetzt für gegeben. Und wenn man hier sieht, dann hätten sie auf einem Niveau gespielt, so ungefähr, denn das ist ja beides hier irgendwo bei, nein gut, die sind sogar hier über 1,5 oder so. Aber das ist halt fallend. Hier war es okay. So, dann könnte man immer noch sagen, wir sind gleich gut, was willst du da mit der Auswärtsmannschaft? Gut, wir bekommen aber plus 0,25. Und leider sind hier immer die Statistiken nicht angegeben, deswegen muss ich die jetzt mal ganz kurz aufrufen. für die Heimauswärtsverteilung nicht. So, und da haben wir hier also erwartet 1,096. Ich übersetze das nochmal. Erwartet habe ich halt knappe 55% der Tore für die Heimmannschaft. Also immer durch zwei Teilen einfach. Und erzielt haben sie nur 52,5. Das hat sich zwar übersetzt in 24 Siege und nur 14 Auswärtssiege, aber die Tore sind halt für mich dann doch etwas mehr das Kriterium. Sagen wir mal so, da sind dann halt teils klare Geheimsiege, die dann nicht, also wie auch immer, es sind vielleicht Auswärtssiege, wie auch immer, nein, nein, das ist Quatsch, jetzt was ich gesagt habe. Hier ist es halt dann mehr knappe Siege und teils halt höhere Auswärtssiege, wie auch immer. Bloß die knappen Siege könnten sich dann halt auch leicht zu einem Unentschieden verwandeln oder halt auch zu einem Auswärtssieg. Aber gut, ich orientiere mich halt etwas mehr an den Toren. Hier könnte man auch sagen, nach den Werten ist doch alles eigentlich im Rahmen und so weiter. Und ich orientiere mich aber mehr an den erzielten Toren, aber das kann sich alles sowieso ein bisschen verschieben. Nur ist ja allgemein die Tendenz zu beobachten. Das ist ja jetzt eben nicht ein... Das blende ich mir jetzt wieder aus. So... Das ist eben... Allgemein ist es halt so, dass man lieber die Auswärtsmannschaft nimmt. Und wir bekommen halt das Vierteltor und ich sage mal, von der Tendenz her ist es im Prinzip richtig, die richtige Seite. Da hat mich das neue System unterstützt mich halt hier sehr stark. Wobei es ja noch nicht mal an der Conversion Rate liegt, die ja sogar nachteilig ist für Hannover hier. Sondern es liegt halt, meinetwegen könnte man sagen, an der Grundeinschätzung. Aber ich würde halt auch sagen, jetzt... Naja, das kann eben auch heimauswärts. Also da können wir ja gerne mal aufgucken. Da wäre ja so ein typischer Fall. Hier hatten wir Kiel im Minus und Hannover auch im Minus. Also das würde halt noch ein bisschen den Effekt pro Auswärtsmannschaft verstärken. Wobei diese Prozentwerte jetzt eben nicht übertrieben hoch sind. So, aber auf jeden Fall haben wir das halt sozusagen noch auf unserer Seite. Und ja, wenn ich ein Spiel so lange mache, dann ist ja für die anderen kaum noch Platz. Diese... Hier müsste ich ja mal sagen, warum hat der Markt keinen Fehler gemacht. Aber da würde ich eher sagen, wenn halt alles okay ist, da muss man halt nicht so viel kommentieren. ja... Ähm... Nicht bei Heidenheim-Darmstadt sieht man hier so Torwartungen. Der Markt hat da minus 0,75. Also das stimmt schon mal... Kommt schon mal ganz gut hin. Und ich hätte jetzt eben auch nicht so direkt eine Neigung. Also wir können eben... Hm, wie mache ich es jetzt? Also over under, dass hier ein under indiziert ist. Also hier habe ich zum Beispiel immer diese Performance, äh, goal-Performance, die sich natürlich am Anfang der Saison äh, noch viel einfacher errechnet, indem man halt äh, einfach die, die Tore aufaddiert. Das ist ja das, äh, sozusagen das Gleiche, äh, einfach zu gucken. Nur im Verlauf der Saison wird die Performance immer auf die letzten acht Spiele berechnet, was ich halt so festgelegt habe. Ähm, und ähm... Dann würde praktisch, wenn hier 20 Spiele gespielt sind, äh, und hier ein Gesamtwert steht, aber in den letzten acht hatten sie viele Tore, äh, oder so, dann ist halt die Performance das, was mich interessiert. Äh, während es hier am Anfang halt das Gleiche ist. Und jetzt haben Kiel 15 Tore in sechs und Hannover haben wir, äh, äh, im Prinzip das Gleiche 15 Tore in sechs. Dann sind es halt 30 Tore in zwölf. Ist halt sowieso ein Schnitt von 2,5. Also das macht das sowieso offensichtlich, äh, dass halt hier so eine gigantische Line kommt. Ist vermutlich letzte Saison. Rechne ich diesmal, diesmal nicht vor. Wobei Hannover ist ja Absteiger. Äh, bei Kiel waren aber Tore. Das wissen wir ja. Aber, ähm, äh, die Line ist halt im Prinzip zu hoch. Auf der anderen Seite haben wir ja die vielen Tore, ne? Aber das baut noch auf auf dem Kiel, äh, äh, Over von der letzten Saison. Und hier würde ich sagen, jetzt, ah, zweimal Trainer gewechselt. Und b, jeder neue Trainer würde erstmal sagen, wenn es nicht so läuft, also wenn man hinten steht, äh, warte mal, äh, schotten dicht erstmal, ja? Also wir stehen hier hinten, da wollen wir nicht unbedingt. Und das Gleiche gilt natürlich für Hannover. Es ist sozusagen ein Duell von Mannschaften von unten. Also das Ander kann man sehr gut rechtfertigen und nach Zahlen ist es sowieso sehr gut gerechtfertigt, ja? Äh, wenn ich jetzt auf Heidenheim gegen Darmstadt auf das Ander, das ist ja jetzt das nächste Spiel sozusagen hier. Das ist eben immer alles ein bisschen schwierig, wie ich das am besten präsentiere. Hier ist die Performance relativ neutral mit plus 0,53. Also das heißt, also 35 Tore gefallen anstatt 34,46 erwartet. Könnte man jetzt nicht, äh, das Profil kann natürlich nicht viel anderes jetzt hergeben, als das. Tore sind gefallen, Leistungen waren nicht ganz auf dem Niveau. Äh, hier waren es eher sogar ein Over, äh, von den Leistungen her. Tore sind halt da nicht gekommen. Da kann man dann wieder spekulieren, wobei im letzten Spiel ja gerade dieses 3 zu 3 war. Also dieses Ander ist jetzt von den, von diesen, ähm, Grafen da nicht besonders bestätigt und, äh, von der Performance her gerade so neutral. Also würde ich mal sagen, das ist nur nach Zahlen, es ist kein großer Margin. Also genauso gut weglassen. Also sprich, das ist einfach nur, schreibe ich hier manchmal hin, nach Zahlen. Klar rechne ich es dann ab, wenn es hier in Bold ist. Wenn das jetzt nicht fett gedruckt wäre, Bold, dann würde ich es, äh, halt auch nicht abrechnen. Vielleicht könnte ich es jetzt auch noch abschaffen, ab für B drücken einfach. Dann wäre es nicht mehr Bold. Aber ich lasse es jetzt hier einfach, ähm, dann haben wir ein bisschen mehr zum Abrechnen und, äh, der Viewer, ein bisschen mehr Grund, für mich zu lachen. So, äh, dann haben wir es, was? Heiden, bin da auch schon Ander, 5 Tore gefallen. Der redet was von Ander. So, in diese Richtung halt. So, äh, Stuttgart gegen Fürth haben wir hier in Ander. Ähm, da habe ich auch die Seite. Also kann man das Spiel sozusagen jetzt hier, äh, einem Aufguss, Aufwasch abdecken. Ähm, Stuttgart, da haben wir es. Also Performance ist schon mal negativ. Also das heißt, äh, das heißt, dass weniger Tore. Hier sind ja auch erkennbar 34 nur gefallen, anstatt 35,05 erwartet. Es ist ja auch, äh, da wir zwölf Spiele absolviert haben, ist es ja offensichtlich unter drei, denn, äh, pro Spiel. Denn 36, äh, geteilt durch zwölf, äh, wäre drei. Also es spricht ab 36 wären wir zwei Tore pro Spiel. Also das Ander kann man so schon mal ein bisschen nennen. Es ist ja ein Ander-Drei. So, äh, Stuttgart von den Leistungen her, weil er ja auch viert angezeigt ist. Stuttgart war halt gut. Absolut konstant. Immer, äh, auf dem Level gespielt. Immer leicht über Erwartung geblieben. Also hier war es jetzt eben nicht, ja, also dann habe ich sie halt doch nicht falsch eingeschätzt sozusagen, ne. Ich hatte das ja auch am Montag jetzt im Rückblick gezeigt, dass sie klar die Besten sind. Na ja, hier könnte man zwar sagen, ist immer noch gut, aber es ist halt jetzt auch nicht so überragend. Die Ergebnisse sind, also, sie sind die Besten. Ich würde im HSV, wenn es da vorne steht im Ranking, keine Ahnung, dann sind sie halt gleich gut. Ich weiß das nicht. Aber jedenfalls ist das hier jetzt nicht weit abweichend von der Erwartung. Aber Fürth hat eben wirklich überrascht und ist über 1,5. Und ich habe sie jedes Spiel gesehen und mir sozusagen die Augen gerieben. Hier hatten sie noch einen leichten Gegner. Aua, würde ich sagen, haben sie ja zu Hause verloren. Wie man sieht, hier null Punkte geholt. Aber sie haben trotzdem überragend gespielt. Und das war eben, also das ist dieser Wert, das ist ja der vom zweiten Spieltag, wo es halt jetzt nicht so gut war. Da war es aber auswärts, können wir natürlich gucken, mache ich jetzt nicht. Aber es ist sozusagen hier, haben sie sich auf einem sehr guten Niveau etabliert. Denn die Leistung, die Erwartung der Kurve ist weit darunter. Und das hat sich eben einfach super hier, über 1,5 Punkte ist ja klar überschnitt. Und dann würde ich mal sagen, wenn wir hier bei 1,5 sind, eigentlich von den Leistungen oder sogar drüber, und hier meinetwegen, selbst wenn es 1,8 wäre, dann wäre das niemals ein Tor. Vor allem bei dem geringeren Heimvorteil. Und der sich also jetzt derzeit realisiert. Hier kann man natürlich auch auf das Home-Away-Ranking gucken. Ich müsste das vielleicht auch mal verbessern. Aber da steht Stuttgart, wo steht denn Stuttgart? Ach, auch hier unten. Und Fürth, ziemlich neutral. Da hätten wir auch ein kleines Plus von 9%, sozusagen, wenn man hier die voneinander abzieht. Also das, die Plus 2 von den 11 abzieht. Dann sind es immer noch Minus 9, was also zum Vorteil für die Auswärtsmannschaft. Ja, die zu deren Gunsten zählen. Also, aber das wäre sowieso nicht. Ich habe das auch alles mal, kann man auch vorführen und umrechnen. Im Prinzip sind es halt bloß 0,3 Punkte, die zwischen den Mannschaften sind. Wenn ich auf Jahre zurückgehe, dann ist der Heimvorteil vielleicht, also ganz früher waren wir vielleicht mal sogar 0,5 Tore, aber der ist längst schon nur noch im Grunde ein Vierteltor oder sogar fast weniger. Also die kann man halt auch einfach zusammenzählen. Also die 0,3 und 0,2, selbst wenn man die noch hätte, was jetzt natürlich absolut nicht gegeben ist. Aber dann wären wir immer noch bei 0,5 Toren pro Spiel nur, die Stuttgart besser wäre. Da können wir halt hier drauf gucken, was der Computer da ausrechnet, an Differenz. und der hat ja trotzdem dann 0,59 sind es. Also ist irgendwo in der Größenordnung, war sogar etwas darüber, naja und so weiter. Also da kann ich jetzt üben. Ja, also rein statistisch ist es absolut gerechtfertigt. Wer jetzt aber sagt, nein, Stuttgart, jetzt ist es soweit und die zeigen ihr wahres können und Fürth wird schon irgendwann zurückfallen. Also man kann da viel argumentieren. In alle Richtungen. Hier, wenn es diese Performance-Werte, sind natürlich auch beide positiv. die hatte ich früher immer schon ausgerechnet. Aber die Distanz ist halt auch noch so, dass man sagen könnte, auch Mensch, ein paar reiselustige Fürther werden da schon mitfahren. So, also jetzt habe ich auch über dieses Spiel, ach so, das Ander habe ich dann jetzt noch gar nicht genommen. Oftmals geht es halt Hand in Hand, wenn man eine Seite hat, die plus 1 oder mehr, das ist dann halt auch ein Ander. Hier haben wir von den Leistungen her absolut kein Ander. Von den Ergebnissen her eher schon, wobei ja das letzte Spiel eben gerade dieses 3,2 in Regensburg war, wo eben dann Tore gefallen sind. Aber die Leistungen zeigen es halt auch, dass es eher nach oben geht und dass es Übererwartung und Überschnitt ist. Bei Fürth könnte ich sagen, ist alles neutral, Ergebnisse sind etwas darunter. Also das wäre hier auch nicht gerechtfertigt. Also nicht nach Graf gerechtfertigt, das ist dann halt nach Zahlen. Man muss ja bloß immer sehen, wie der Markt auf diese Zahlen kommt. Ich hatte ja jetzt schon gesagt, von der Performance her, von dem Rechenwert, ist es ja unter 3 pro Spiel, die bisher gefallen sind. Und wir kriegen ja trotzdem einen Kurs von 2,0, was also dann auf deutlich mehr als 3 Tore hindeuten würde. Kann ich auch immer alles vorrechnen. Also theoretisch kann ich es halt, naja, wenn man es jetzt mal schnell sehen will, aber ich komme ja dann immer vom Hundertsten ins Tausendste. Jetzt sieht man mich gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt eben einen Kurs von 2,0 haben möchte, dann muss ich eben hier wahrscheinlich auf 3,15 Tore gehen. Also so ungefähr. Das eben das Under 3, habe ich jetzt genau getroffen, wie man hier sieht, dann ist das Under 3 2,0. Also der Markt müsste sozusagen von mindestens 3,15 Toren ausgehen. Der müsste von mindestens 3,15 Toren ausgehen, damit das Under überhaupt die Wette Pari ist. Also nur wenn die Erwartung über 3,15 wäre, hätte ich ein schlechtes Under. So, aber trotzdem ist es nach Grafen halt nicht gerechtfertigt. Das ist immer, wenn die rote Linie überall der Grauen ist, kann man schon mal sagen, eher ein verstecktes Over, also weil eben der Markt ja nur diese Werte kennt eigentlich und diese Leistungswerte halt nicht ins Kalkül zieht und so weiter. Also da hätte man, sagen wir mal, jetzt ausreichend viele Gründe, es nicht zu wetten. Sozusagen, ach Graf, aber die andere Rechnung habe ich ja jetzt auch präsentiert, sodass man eben sich mit allem da arrangieren kann. Aber so ist es sozusagen immer. Es ist sozusagen ein ganz enges Abwägen von dem. So, und jetzt habe ich alle Spiele hier aus den Augen verloren. Viert, Nürnberg, Karlsruhe, da war, glaube ich, nichts indiziert. Ich kann es ja hier auf einem Zettel. Ach doch, das Over. Na gut, dann untersuchen wir nur das Over. Entfernung haben wir auch. 201 ist natürlich bekannt, da, 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 nach darüber. Westen, Mitte, Süd, Mitte. Nach, naja, Karlsruhe ist natürlich Süd. Nürnberg dann meinetwegen auch im südlicheren Teil. Aber, ähm, seit einmal. Ne, da habe ich jetzt keine Lust noch mal auf den Quatsch zu erzählen. So, ähm, warum Over-Performance haben wir schon Klassiker, wollte ich sagen. Das war das Wichtige, dass eben zwei Gründungsmitglieder, wo natürlich dann schon, naja, wenn man sagen kann, 60 Jahre gehen die da immer schon, naja, sind erst 55, 56 Jahre. Aber, äh, dann ist es halt irgendwie ein Klassiker. Trägt aber nicht jetzt unbedingt so irgendwas bei. Bei Nürnberg sind die Tore gekommen, äh, Leistungen über Erwartung, aber noch unter Schnitt. Tore sind aber gefallen, kann man natürlich dann immer ein bisschen interpretieren. Aber Karlsruhe ist halt ein klares Over, äh, von Leistungen und dem. Dass es hier runtergegangen ist, ist eben Zufall. Also, weil eben die Leistungen überhaupt nicht runtergegangen sind. Waren halt ein paar, äh, äh, torärmere Spiele. Ähm, also sprich, äh, das ist hier ein klares Over. Das ist halt nur aufgrund der Tore ein Over mit den Leistungen. Aber da kommt es halt hin. Wenn ich jetzt sagen würde, hier könnte ich dann immer rechtfertigen, naja, war ich halt korrekt eingeschätzt. Also, wenn ich es korrekt gemacht habe, warum sollte ich es jetzt bei dem Spiel falsch haben? Performance ist halt sowieso dann ein Plus und so weiter. Also kann ich, kann man nur sagen, äh, das passt mit dem Over. Okay, jetzt gucke ich einfach hier auf den Zettel. Bei Wehen, Bielefeld, äh, haben wir natürlich riesen Over. Performance, äh, Distanz ist auch ungefähr in der Größenordnung. Was jetzt einfach kein Kriterium ist, habe ich einfach nochmal so vorgelesen. So, und, ähm, Wehen war halt von den Leistungen gut und jetzt haben sie halt doch mächtig abgebaut, sind sogar unter der Erwartung, wobei diese Werte hier immer noch sehr ordentlich sind. Die hängen aber auch teilweise mit den nicht überdurchschnittlichen Gegnern, sondern eher unterdurchschnittlichen Gegnern zusammen. Punkte ausbreitet ist natürlich lächerlich, weil sie nur einen Einzelnen haben. So, aber, ähm, die Leistungen haben halt auch nachgelassen. Aber ich würde halt auf keinen Fall gegen diese Mannschaft gehen. Also unter keinen Umständen, weil mir das, das habe ich dann zu sehr in Erinnerung hier, und dann haben sie halt das Pech gehabt, dann denke ich halt immer noch, ja, irgendwann werden sie das vielleicht schon mal drehen können. Und, ähm, Bielefeld ist halt auch eine Mannschaft, auf die Gegend, die auf keinen Fall gehen würde. Auch weil sie mir einfach gefallen haben. Ich habe sie richtig eingeschätzt jetzt. Hier war es sogar eher schwächer bei dem Sieg gerade in Hannover, was ich ja vorhin bei Hannover schon gezeigt habe. Aber es ist natürlich alles insgesamt sehr in Ordnung und über 1,5 Punkte pro Spiel ist halt eine sehr, sehr ordentliche Mannschaft. Bloß hatte ich sie so auch eingeschätzt. Aber die haben sogar noch etwas besser und Punkte auch geholt. Also gegen die habe ich absolut nichts und gegen die würde ich auch nicht. Also von der Seite her kommt sowieso nichts hin. Und das Over ist natürlich hier übertrieben. Hier könnte man eher sagen, also hier wäre so ein bisschen dieses versteckte Under, weil eben beide hier deutlich drunter sind. Wobei Wehen natürlich auch trotzdem noch klar überschnitt, aber es sind halt zu viele Tore gefallen. Aber Bielefeld ist halt eher vom Verhalten her sogar in gewisser Weise ein Under. Aber wenn da nichts angezeigt ist, kann ich sowieso nicht viel machen. Dann soll ich jetzt erklären, warum der Markt das zufällig doch richtig hat. Also da komme ich ja auf nichts. So, bei Sandhausen, Bochum habe ich auch nichts. Auch wieder komischerweise die Distanz. Also der Schnitt ist, glaube ich, eher bei 400 oder 360 oder so was der Schnitt in der Liga. Also es ändert sich auch jedes Jahr. Je nachdem, wenn Rostock wieder und Freiburg absteigt oder so was, dann steigt der Schnitt wieder an. Oder irgendwo so Rand, also Osnabrück. Aber das reicht noch nicht. Da müsste man mappen jetzt oder so. Was heiße ich, Mensch? Und nach Osten kommt man da auch irgendwie weit. Nee, nicht so sehr. Da müsste Passa. Aber von denen hätte ich noch nie was gehört. Gibt Fußball. So. Ja, die Leistungen hier, also die von Bochum sind halt klasse. Also wenn, aber die von Sandhausen sind halt auch Überwartung und das. Und das ist natürlich hier auf einem Level eigentlich. Das ist halt hier durch diese Grafen hier. Deswegen ist der Schnitt halt immer interessant. Weil der wäre halt in beiden Fällen irgendwo hier. Also da sie sich ja 1,5 angenähert haben, sind sie halt Überschnitt, was ich nicht erwartet habe. Aber trotzdem habe ich sie ja halbwegs sogar auf Schnitt hier gehabt. Und Bochum 1,2 habe ich halt Unterschnitt gehabt. Aber das hängt ja auch dann teilweise mit den Gegnern zusammen. Und so weiter. Bei den Goals ergibt sich auch nichts. Wenn man hier sucht, dann wäre es, ja, das wäre halt ein Over, kurioserweise. Ein klares Over sogar, was der Markt also nicht erkennen würde. Da gucke ich mal kurz von den Zahlen hier, ob man eher Richtung Over. Oh nee, absolut nicht. Also das ist, dann kann ich nicht den Markt näher erklären. Bei Bochum sind halt viele Tore gekommen. Dann werden die als Over gehandelt, wie auch immer. Es kommt nichts weiter raus. Hier haben wir jetzt eine klare Indikation. Also jetzt gehe ich mal einfach nach dem System hier vor. Hier haben wir eine klare Indikation. Ich meine, der HSV hat sein Level gespielt. Also das ist ja hier unterhalb von Stuttgart, wie man sieht. Aber das hängt halt auch mit den Gegnern zusammen. Dass ich eben sagen kann, gleich gut, wie auch immer. Es ist sozusagen knapp drüber. Aber die habe ich halt auch, sagen wir mal, dann relativ mäßig eingeschätzt. Also weil ich einfach sagte, nee, ich glaube es trotzdem nicht ganz. Und der würde der Markt halt immer sagen, ja, HSV war dieses Jahr vorne. Natürlich wollten sie nicht das wiederholen von der letzten Saison und so, wo sie ja einfach auch ein bisschen Pech hatten. Spiel ging Darmstadt und so. Aber dass sie jetzt das halt korrigieren wollen, ist natürlich der größte Name. Aber wenn sie noch drei Jahre in der Liga spielen, dann ist es natürlich auch nur ein weiterer Zweitligist. Aber Fakt ist, dass es okay ist, was sie gespielt haben und dass ich sie ein bisschen zu vorsichtig eingeschätzt habe. Aber hier war es ja auch nah dran. Das war halt jetzt das Spiel gegen St. Pauli, wo die Werte sogar hochgegangen sind, wo sie eben verloren haben. Also von daher kann ich jetzt hier keine großen Fehler erkennen. Während ich bei Aue eben, sagen wir mal, da wirklich erstaunt war. Also hier hätte ich immer noch gegen sie argumentiert und auch gesagt. Nur haben halt diese Spiele mich beeindruckt. Das fing halt an mit dem 0-0 gegen Stuttgart, wo eben die Leistung dann trotzdem sehr gut war. Dann kam halt so ein, noch ein Unentschieden, aber auf jeden Fall gut. Und dann, das sieht man ja hier auch, dass das keine Siege sind, sondern nur Unentschieden. und jetzt halt wieder der Sieg im letzten Spiel gegen Wien, würde ich sagen. Und die Leistungen haben sich halt unheimlich stabilisiert. Wir müssen ja nun auch wieder nach dem Unterschied gehen, der hier zwischen besteht. Und selbst wenn ich hier bei 1,8, eigentlich hat er mir das doch mal hier angezeigt. Das geht nur bei dem anderen. Aber wenn ich hier zwischen 1,8 und auch selbst wenn es nur 1,1 wäre, okay, wir haben 0,7 Tore, würden noch der Heimvorteil dazukommen, wären wir in einer Größenordnung von 1. Aber wir kriegen ja sowieso 1,25. Und wir können noch schnell auf Heim-Auswärts-Ranking gucken. Wo steht Aue da? Durchschnitt eher. Und HSV sogar ein bisschen plus. Na gut, aber der Wert ist ja plus 1,25 und hier können wir auch kurz vergleichen. Sie sind ja auch über ein Tor vorne. Also sozusagen, das geht schon alles auf, wie man sieht. Es waren ja 0,7 Tore dazwischen. Da kann man ein bisschen die 0,25 vielleicht raufnehmen, sind wir bei 0,95. Und Heim spricht, also die Heim-Ranking spricht eher ein bisschen für Heim, sind wir bei 1,04. Nur ist es dann halt trotzdem indiziert. Und weil es eben 1,25 gibt. Also von daher kann ich das natürlich nach Zahlen vollkommen rechtfertigen. Die Line ist halt immer wieder schwer zu schlagen. Also diese Line, die ist mir sowas, also immer über ein Tor, ab ein Tor, wird mir halt unangenehm. Also am besten funktioniert das sowieso alles, wenn die Bedürfnisse der Mannschaften im Einklang stehen mit den eigenen. Also sprich, man verliert, wenn die Mannschaft verliert, und man gewinnt, wenn die Mannschaft gewinnt. So ungefähr natürlich bei dem Draw-No-Bet und so weiter. Da kann alles. Aber es ist ja immer bei Lines von 0,25, 0,5, 0,75 auch. Es ist ja gegeben, selbst wenn sie manchmal nur ein halber Gewinn oder und so weiter, dann ist es manchmal auch halber Verlust. Auf jeden Fall steht es im Einklang. Was man selbst sich gerne wünscht und was die Mannschaft gerne hätte, die gerade spielt. Ich bin hier nur auf die Taste gekommen. So, das andere ist natürlich genauso angezeigt. Hier könnte man sagen, nach der Leistung ist es nicht. gerechtfertigt. Wobei es beim HSV eher schon. Aber hier ist natürlich eine fett negative Performance. Na fett. Okay, nur 2,92 Tore. Entschuldigung. Aber das ist natürlich aufgrund dieser Line, die dann eben immer, wo der Markt dann eben immer ein bisschen übertreibt. Bei Aue könnte man aber sagen, Mensch, die haben sich doch nun echt wie ein Over benommen. Gar nicht so, wie der Markt immer tut. Oder so, ja. Also hier habe ich übrigens im Heimranking, kann man auch nochmal zeigen, habe ich zusätzlich nicht nur das Heimranking, sondern auch das Toreanzahl. Also das ist sozusagen ob man heim- oder auswärts. Warum hier alles grün ist, liegt einfach nur daran, dass es einfach eine komplette Overliga ist. Es sind halt also überall zu viele Tore und auch sozusagen von Potenzial, denn sogar die Tore, die, habe ich ja hier gezeigt, die hätten fallen sollen, sind ja sogar nochmal höher, als die, die gekommen sind. Also sprich, es ist sozusagen in allen Bereichen Over, also Heim-Auswärts, nur ist ja jetzt trotzdem noch ein Verhältnis gegeben, dass also das HSV Heim also weniger auf Over ist. Das wird alles erst im Verlauf der Saison. Da ich hier die gleiche Verteilung habe, hebt sich das alles im Grunde wieder auf. Also, da hätte ich kein zusätzliches Argument. Es ist ja nur so, dass man eben immer noch einen Vergleichswert zusätzlich hat. Also, nach Profil ist es halt hier ein bisschen gerechtfertigt, weil das also eher sogar fast ein anderer wäre, HSV, und die aber eher ein Over sind, was also nicht passt. Nach der Line ist es gerechtfertigt, nach den gefallenen Toren ist es sowieso gerechtfertigt, aber da würde ich sagen, nach dem Profil ist es eben nicht so hundertprozentig. Natürlich könnte man jetzt endlich mal einmal den Charakter eines Spiels ansprechen und da kann man eben einfach nur sagen, oh, er ist ja so zufrieden mit dem, was sie haben, dass sie natürlich ohne Sorgen ins Spiel gehen, was dann wieder mehr für ein Over sprechen würde. Wenn man jetzt sagt, ach Mensch, wir haben da sowieso nichts zu verlieren hier, wir gehen mal drauf. Aber da würde ich dann eher wieder sagen, da bricht dann der Charakter durch, aber auch, sagen wir mal, die allgemeine Spielmentalität, dass man eben sagt, guck mal, wir hinten kompakt stehen, wie jeder Trainer heute sagen würde und nicht einfach nur, wir spielen mal wild nach vorne, mal sehen, was rauskommt. Trotzdem hätten sie dafür eine gewisse Rechtsfrage. Nur könnte man eben auch jetzt den HSV beleuchten. Also bei Aue würde ich halt das Over eigentlich akzeptieren, nur ist ja der HSV im Driver's Seed. Also sprich, der HSV würde mehr die Kontrolle über das Spiel übernehmen, wie es verlaufen soll. Weil der Gegner, wenn er die schwächere Mannschaft ist, kann er sich halt nur an dem orientieren, was die anderen bringen. Und da kann man eben dann sagen, dass der HSV natürlich jetzt nach einer Niederlage ohne eigenes Tor würde man jetzt natürlich sehr gerne mal eins machen und dann eben möglichst keins kassieren. Also das wäre halt aus deren Sicht eher jetzt ein Under-Approach, weil es eben nicht jetzt, sagen wir mal, so flüssig läuft und man jetzt schon Angst hätte, dass man wieder in diesen Bereich von der letzten Saison gerät, wo man eben dann plötzlich aus den Aufstiegsringen rausgefallen ist. Was jetzt eben noch nicht gegeben ist, aber was eben dann meine Befürchtung sein könnte. Osnabrück gegen St. Pauli, ich glaube, ich habe da nichts. Ach doch, da haben wir wieder ein Over. Na gut, die ist neutral, Entfernung haben wir immer, also wir haben immer so keine Art von Derbys, was natürlich kein richtiges Derby ist, aber eben so, wo man halt die Entfernung noch überbrücken kann. Osnabrücken kann überbrücken. Okay, auf jeden Fall hat Osnabrück nicht so gut gespielt, wie ich sie eingestellt habe, aber ich habe sie halt relativ gut, habe ich halt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist ja in dem Sinne nicht, wenn die Punkte da sind und so weiter. Aber es ist eben trotzdem, naja, aber hier könnte man sagen, ja, die hast du doch, hast du doch ein bisschen übertrieben. 1,4 sozusagen, Überschnitt, hängt wieder mit den Gegnern zusammen. Aber sie haben ja nicht schlecht gespielt. Das ist eben einigermaßen konstant. Und die Ergebnisse stimmten sowieso, also gegen die kann man ja nichts haben. Bei St. Pauli ist halt so, Leistung jetzt hier schwächer geworden, aber gewonnen. Auch hier eine kleine Diskrepanz in diese Richtung, sogar etwas unter Erwartung. aber ich hatte sie relativ schlecht eingestellt. 1,2, auch Gegner, hängt natürlich mit den Gegnern zusammen, aber 1,2 ist schon dann Unterschnitt. Und die Leistungen waren sogar noch etwas schlechter, aber natürlich durch den Derbysieg, der eben hier als Sieg deutlich, und da war ihnen dann die Leistung natürlich egal, was man natürlich immer sagen könnte. Wenn man gewinnt, ist mir die Leistung egal, aber hier kann man schon sagen, sie haben es schon gut gemacht und dann haben sie halt das versucht, über die Zeit zu bringen, was natürlich in der zweiten Halbzeit locker hätte schief gehen können. Also sprich, HSV hat dann mächtig Druck gemacht und hätte halt das Tor verdient gehabt. Aber Goal Average, da haben wir eben hier jetzt, sagen wir, ja, das wäre ein Charakterbild, wo man eben jetzt auf Over gehen könnte, weil eben die Leistungen hier drüber sind. Wie gesagt, zu rechtfertigen kann man mit diesen Profilen immer alles und sagt da, entweder sind die Tore gefallen oder die Leistung war so, hier sind die Tore gefallen, auch wie war die Leistung, dann hebt sich das halt wieder weg. Da kann ich jetzt wenig zu sagen, die Performance ist aber neutral. Jetzt haben wir halt alter Algorithmus 2,95, wir haben ja nur eine Line von 2,75, da muss sich der Markt den Kopf darüber machen, warum und 3,07 der neue Algorithmus, die Naive Policy, die Milchmädchenrechnung, hat 2,83 Tore, wo dann eben meinetwegen, da könnte der Markt sagen, ja, den habe ich genommen, dann wäre halt die Line gerechtfertigt, sozusagen, aber dann halt auch, ist es ja sogar schon ein bisschen drüber. Also die Milchmädchenrechnung, alle Tore in einen Topf und geteilt. Jetzt können wir bloß nochmal gucken, kurz auf die Heimaussatz, weil hier stehen die oben, da ist ein winziges Plus, hier ist ein winziges Plus für auswärts, also das würde halt minimal beitragen zu dem Over, jetzt, aber das würde mich jetzt natürlich nicht, aber die Werte sind sowieso alle jetzt nur in Nuancen, aber diese Nuancen sind es halt natürlich teilweise, die wir suchen. Was ich eben noch gucke dann, in dem Falle ist halt die Tabellen, Table Needs, die Bedürfnisse, und da kann ich ja nur sagen, die sind total zufrieden, haben erstmal 9 Punkte, und die 8 Punkte, wann sagen, Pauli sind jetzt erstmal absolut okay, wo man jetzt also nicht in Sorge ist. Also das ist eben, klar weiß jeder, dass es eben schnell auch runter geht, aber erstmal ist man eben jetzt nicht in der Not, was dann eben mehr für ein Over spricht. Also sagen wir, dieses Over geht schon halbwegs in Ordnung, bei Dresden gegen Regensburg ist nur eine einzige Indikation, die ist auf Under, Dresden hat besser gespielt als erwartet, aber jetzt auch nachgelassen, so ein bisschen, Ergebnisse waren halt immer ein bisschen zu mäßig, aber kann ich jetzt nicht viel zu sagen, bei Regensburg ist es soweit okay, die Leistungen sind halt auf dem, naja, doch relativ niedrigen Niveau, wo ich sie eingestellt habe, sogar noch etwas drunter, aber da hätte ich jetzt, wenn überhaupt die Indikation pro Dresden, da es aber eine Heimannschaft ist, geht es weniger, auf das neue System würde, eventuell so ein ganz bisschen Richtung Dresden, also wenn man da jetzt hier zusätzliche Hinweise sucht, welche Seite eben man, wenn man unbedingt wetten will. Dresden Goal Average, da haben wir ein Under und bei denen haben wir auch sozusagen Under, bei beidem Malen ist es das Rote unter dem Grauen. Es ist eben nicht so, dass dadurch sich eine Under-Indikation ergibt, es ist eben nur so, wenn das Under indiziert ist, dann haben wir allen Grund, da mitzugehen, da haben wir zwar die Performance dagegen, was dann selbstverständlich ist, weil der Markt eben sich dann mehr an dem orientiert, das ist schon klar, bloß eben hier kann ich das von den Algorithmen her absolut rechtfertigen und ich könnte noch kurz auf das Heim auswärts, aber jetzt halt auch noch auf die Tabelle und jetzt gucken wir mal, Dresden Heim ist vollkommen neutral und Regensburg Heim auswärts, ja da wäre auswärts halt schon erkennbar weniger, hier könnte man jetzt sagen, zu Hause gehen sie einfach drauf und auswärts sind sie halt normal oder eben sogar Unterschnitt, wenn man hier einen Schnitt nehmen würde. Dann sitzt sogar die wenigsten aktive Mannschaft auswärts. Das, was aber auch natürlich mit dem Gegner zusammenhängt, aber sagen wir mal, könnte man auch ihr eigenes Spielverhalten mit einbeziehen und dann können wir eben noch auf die Tabelle gucken. Ich meine, sieben Punkte könnte ich jetzt auch sagen, ist ja absolut okay, wobei natürlich sieben, jetzt würde man sagen, unter, stehen wir schon mal unterm Strich, also unter dem Mittelstrich, was bei St. Pauli auch, aber die ist natürlich neutral hier. Aber bei Dresden könnte man eben sagen, nur sechs, okay, ich hatte jetzt gedacht, sie würden noch weiter hinten stehen, aber es geht natürlich, aber das ist dann trotzdem eher so ein bisschen, naja, wir wollen jetzt nicht weiter hinten bleiben, so reinrutschen. Also dann eher ein bisschen vorsichtiger Approach. So, und jetzt habe ich es doch wieder in die Länge gezogen, ist ja ganz klar. Hier bleiben die Wetten übrig, so stehen sie, wer es mag. Ich mache ja sowieso die Abrechnung und betrüge nicht und wen könnte ich auch, wie könnte ich auch, nachdem es dokumentiert ist. Es ist heute Freitag, der 19. das wird man ja vor allen Dingen Quatsch Freitag, von wegen Donnerstag. Aber man wird es ja spätestens, wer heute schon guckt, oder morgen, wenn natürlich jetzt jemand in zwei Wochen guckt, dann ist es nicht mehr nachvollziehbar. Aber jetzt, ich mache das Video jetzt rein. Thanks a lot for watching. Share, like, comment, subscribe. Danke. Tschö.